Tja, grüß euch meine lieben Manchimaniacs da draußen, heute wieder mal zu einem weiteren Two Count Sunday, hier an diesem, ja mittlerweile sehr schwülen, leicht wechselhaften Sonntag, zumindest bei mir so, und ja, während ich vor zwei Wochen noch, sag mal so, mit ein bisschen Themen gekämpft habe, was denn so abging, passierte gerade in den letzten Tagen wieder sehr, sehr, sehr viel Zeugs, nicht nur in der YouTube-Welt, sondern auch in der realen Welt, sag mal so, G20, all dem Ganzen natürlich voraus, aber, sag mal so, das G20-Thema kann man, denke ich mal, ganz gut mit der aktuellen YouTube-Welt verbinden, weil es durchaus da ein paar Connections gab, zumindest in Bezug auf manche YouTuber und da will ich natürlich auch mal meinen, ach so geilen Senf dazu abgeben. Jo, mit was fangen wir an? Bevor, ja bevor wir wirklich auf den großen Elefanten G20 zu sprechen kommen, vielleicht noch kurz, was ich im letzten Toucan Sunday so angesprochen habe, nämlich, ja wo sind die ganzen Asi-Tuber hin, es kommt von Leon Mascher nix mehr, von ApoRed nix mehr, und kaum war das Video draußen, ich glaube eine Stunde später kam Yala Habibi von ApoRed und auch Mascher kündigte dann, äh, nach und nach dann in einem Video an, ja es kommen jetzt hier Ansage-Videos oder Rap-Battles oder Diss-Tracks gegen die YouTuber, die ihm so am Sack gehen, und, äh, aber hat gemerkt, äh, die Qualität ist nicht wirklich gestiegen, ich glaube den ersten Diss-Track da gegen Ape Crime, das war, das war ein Totalschaden, ja, das Auto wurde vollkommen gegen die Wand gefahren, äh, um mal Ente zu zitieren, er hat es nicht geschafft zu den Reifen zu wechseln, ja, also den Unfall hat er echt nicht vermeiden können, äh, das war eine Katastrophe, wie ich finde, ähm, auch er hatte schon bessere Songs, also ich sag mal so, äh, zwei Millionen war jetzt, wenn man das jetzt versucht objektiv zu betrachten, äh, war das noch mit einer seiner besten Songs, und, äh, ja, ich sag mal so, man, die Geschichte hier, das war wie gesagt, für mich ein, das war eine Katastrophe, ne, äh, voll und durch und durch, hingegen bei ApoRed, ähm, muss ich auch hier mich manchen oder doch eigentlich vielen Leuten anschließen, die gemeint haben, hey, es muss nicht meine Musik sein, hey, man muss ApoRed nicht mögen, aber grundsätzlich ist das, was er macht, gar nicht so verkehrt, äh, man darf, das heißt, man darf, ist jetzt eigentlich der falsche Ausdruck, äh, man, wenn man schon, äh, wenn er schon Rapper sein will, dann soll man ihn auch mit den ganzen, ich sag mal, Nicht-YouTube-Rappern auf deutscher Ebene vergleichen, allerdings, wenn man ihn dann mit, äh, Rappern oder Musikern vergleicht, die, sagen wir mal so, von YouTube kommen, ist das, ich sag mal, eine solide Sache, und ja, er hat sich auch gesteigert, also es gibt definitiv schlechtere Rap-Songs von YouTubern hier in YouTube-Deutschland und, dass der Text relativ sinnfrei ist und hast du nicht gesehen, das wissen wir eh mittlerweile, es ist, ist jetzt kein großes Geheimnis mehr, aber, sagen wir mal so, es lasst sich eigentlich ganz gut hören, wenn ich es jetzt irgendwo zufällig, äh, auf YouTube höre, Schrägstrich, wenn es durch Autoplay als nächstes Video gespielt wird, dann würde ich jetzt nicht sofort, äh, vor meinem Scheißhaus aufstehen, äh, und, äh, direkt noch jetzt auf YouTube rennen, weil ich es nicht aushalte, hier, äh, die Geschichte, sondern ich lasse die Geschichte einfach laufen, no pun intended, während ich natürlich hier am, am, am Klo sitze, und, äh, ja, also, es ist, es gibt Schlimmeres, es ist okay, äh, ich will jetzt nicht sagen, ich kann es mir gut anhören, aber es ist jetzt kein, keine, äh, keine komplette, äh, Katastrophe, kein kompletter Reinfall, äh, ja, Leo Machère lässt grüßen hier an dieser Stelle, ähm, auch Apparator, die irgendwie angekündigt, also Distracks oder Ansage an YouTube rauszuhauen, sollen sie machen, mich wird es eh nicht betreffen, wenn doch, freue ich mich über die Publicity, keine Ahnung, warum sie gegen mich irgendwie, ja, Case Freak vielleicht, der hat den Grund, aber der hat, Kapi hat übrigens eben noch nicht zurückgeschrieben, ich halte euch da weiter am laufenden Breaking News, und da sind wir beim nächsten Thema, News, ja, News Time, ähm, ich habe ihn in den letzten Monaten, sagen wir so, vor einem guten halben Jahr habe ich ihn erst, also erst, äh, entdeckt quasi, und habe ihn da eigentlich ganz sympathisch gefunden, er war halt damals wirklich noch, äh, so drauf, dass er gesagt hat, hey, ich bringe wirklich News, und lass meine Meinung mal komplett außen vor, oder zumindest meistens, oder er sagt es zumindest in einer, wie soll ich sagen, in einem extrigen Teil des Videos, ähm, gibt da halt seine Senf dazu ab, ist ja vollkommen legitim, mittlerweile ist es allerdings so, in den letzten Wochen fällt es mir immer wieder stärker auf, er mutiert halt zu einer, äh, Kurz-Video-Fassung eines LeFloids, der ja eigentlich auch, äh, sich einen News-Youtuber schimpft, und im Prinzip ja eigentlich nur, ähm, im Prinzip ein Meinungsblogger ist, ja, und, äh, das, wie gesagt, man kann natürlich seine eigene Meinung ins Video einbauen, aber mittlerweile auch bei, äh, bei Floyd und auch bei News Time verschwimmen die Grenzen immer mehr, also man kennt das, ähm, nicht mehr ganz so krass heraus, sollte man aber, wenn man allerdings immer noch, äh, News, äh, bringt sozusagen, äh, bestes Beispiel ist einfach, muss man hier einfach mal so sagen, äh, Wrestling News Deutschland, ja, also Tobi und Perkix, Grüße gehen hier auf jeden Fall raus, äh, das ist ein News-Kanal, es wird einfach nur von den Geschehnissen berichtet, unabhängig davon, wie man zu den Ganzen steht, das kann man dann in einem Extra-Video machen, auf einem Extra-Kanal, äh, etc., pp., aber, äh, äh, News Time ist aktuell wirklich so nach dem Motto, hey, einfach mal hier, also verfällt immer mehr in dieses Schema Klicksgeier, ne, und beziehungsweise einfach durch, ich sag mal vielleicht, äh, Meinungsmacherei seinerseits, einfach, äh, für noch mehr hitzigere Diskussionen in den Kommentaren zu sorgen, was natürlich dafür sorgt, dass das Video höher gerankt ist, weil je mehr Kommentare, je mehr Bewertungen, ihm wird es wahrscheinlich egal sein, ob Like oder Dislike, ähm, desto höher wird das Video einfach gerankt, und, äh, das fällt einfach in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr krass auf, LeFroy hat das Thema aber, glaube ich, letztes Mal schon, ähm, mittlerweile dürftet ihr auch wissen, wie ich zu dem Ganzen stehe, und, äh, ja, auch hier in der News Time, um jetzt mal die nächste Brücke zu schlagen, auch zum größeren Elefanten, äh, hat ja berichtet, auch mit diesem, äh, wunderbaren Titel, Unge auf G20-Gipfel in Hamburg fast angegriffen, und man sieht im Endeffekt, wie Unge mit dem Longboard hier da fährt, äh, filmt, und halt, einer will ihn halt, sag mal, aufhalten, also von Angriff kann ich bei weitem noch nicht die Rede gewesen sein, nur weil mir einer nachläuft, es wurde auch keine Hand, es wurde nicht mal eine Handgreiflichkeit festgestellt, ne, und, ähm, das fand ich halt, man kann ja irgendwas, man kann das einfach anders schreiben, ne, man kann ja sein, äh, keine Ahnung, Unge mittendrin in G20-Hamburg oder Vorfall, Unge Vorfall bei G20-Gipfel, dann kann man das irgendwie noch so ein bisschen, ähm, besser klarstellen, aber irgendwie so Unge wurde angegriffen bei G20-Gipfel oder einfach in Hamburg bei G20-Demo, Entschuldigung, sollte man lieber so besser sagen, äh, ja, das, äh, fand ich einfach, äh, nicht gut und hat einfach wieder mal nur gezeigt, dass da einfach, äh, der, der Titel eigentlich wieder mal nur im Vordergrund steht, beziehungsweise einfach dann, äh, die Klicks, die Diskussionen, etc., und, äh, was ich, wie gesagt, schade finde, weil, äh, wie gesagt, Wrestling News in Deutschland zeigt sich eigentlich genau vor, wie es gehen sollte, ja, und, äh, für eigene Meinung kann man dann, wie gesagt, eh eben einen eigenen Kanal aufmachen, bei Perkix ist sowieso, bei Previews, Reviews, etc., ähm, ähm, ich bin hier wirklich dazu da, also dieses, äh, äh, dieses Format ist ja wirklich dazu da, dass ich mal meine Meinung zu dem Ganzen abgebe, aber probiere immer dabei noch so eine gewisse, ich sag mal, Objektivität mit reinzubringen, also irgendwie nur blind shooten, ist ja auch nichts in das Ganze, ähm, außer bei der Vivi-Geschichte, aber gut, da habe ich auch, ich sag mal, äh, valide Punkte auch angebracht, warum, wieso, weshalb, ähm, ja, und, äh, in Verbundenheit dann mit der Unge-Aktion, äh, am G20, oder auf der G20-Demo, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab da, ich, generell, Unge ist in den letzten Monaten sehr, sehr komisch, ne, also, äh, die, die, die Videos, die er eigentlich machen wollte, aber nicht macht, dann, äh, lädt er nur Livestream-Highlights da hoch auf seinen Channel, glaube ich, ähm, oder irgendwie so, so Reaktionsvideos, glaube ich, ich bin jetzt der Letzte, der mich über Reaktionsvideos beschwert, das wäre Doppelmoral vom Feinsten, äh, um das geht's mir nicht, ähm, sondern einfach um die Tatsache, dass, äh, er sich nicht wundern braucht, wenn er am G20-Gipfel-Schrägstrich bei der Demo mit einem Longboard durchfährt und Handyaufnahmen macht und unabhängig davon, ob die Leute sich belästigt fühlen, weil die Leute generell zu Demonstranten gehören, die halt, ich sag mal, vielleicht ein bisschen aggressiver oder radikal unterwegs sind oder einfach vielleicht, weil es die Leute für unangenehm halten, nämlich schaulustige Leute, die einfach mittendrin sein wollen und ja, logisch, ich glaube, Ung hatte da einen Livestream sogar gemacht, ähm, wenn die einfach quasi wirklich für die Publicity dann im Prinzip da einfach reingehen mit der Kamera und Leute, die sich generell schon unwohl fühlen, die, ähm, ich sag mal so, da läuft das Fass schnell mal über, wenn du einfach dann schon noch dazu, zusätzlich zu dem ganzen Drama, sag mal so, ich, äh, stell mir vor, ich bin in Hamburg und ich sehe, wie unten mein Haus angezündet wird oder ich gehe gerade, äh, mein Haus, sag ich, mein Auto, äh, wie es ja wirklich der Fall war und ich gehe da unten entlang und denke mir, ach du, ja komm, scheiße, fuck my life und dann, äh, longboardet ein Unge dabei und filmt die Scheiße auch noch. Ich würde mich auch auf den Schlips getreten fühlen, um ehrlich zu sein, ähm, und, äh, da braucht er sich nicht wundern, wenn er da mal von ein paar aggressiven Leuten, ich sag mal, äh, so mal gesagt bekommt, hey, mach das Handy aus, mach der, mach das Scheißding aus, ähm, unabhängig davon, dass das, was auf G20 abging, also bei der, bei dieser Demo, das war komplett Banane, also das hatte, äh, irgendwie fast was vom Bürgerkrieg und einfach die Leute, die gegen, gegen den Kapitalismus sind, dann meistens bei Rewe die Scheibe einschlagen und dann sich selbst Lebensmittel, äh, nehmen, äh, von, von Markensachen, äh, Markenprodukten auch und so, also das ist, äh, hier Doppelmaral at its best und, äh, ja, das, das ist, also das, sorry, was da abging, den Leuten ist nicht mehr zu helfen, in eine Anstalt rein, Zwangsjacke und, äh, ins Gefängnis, sorry, wer, wer Gewalt oder wer, wer, wer dagegen demonstriert und dann selber aber noch, äh, gewalttätig ist dabei, Demonstration ist nicht gleich Gewalt, es gab zigtausende friedliche Demonstranten und wenn sich da ein paar Folio drunter mischen und einfach meinen, ja, fuck, äh, fuck the system, ne, und dann einfach, äh, äh, Sachbeschädigungen begehen für Leute, die einfach gar nichts dafür können, unabhängig davon, wie man zum G20-Gipfel steht oder nicht, äh, das ist einfach der komplett falsche Weg und den Leuten hat es einfach ins Gehirn geschissen, sorry für die Ausdrucksweise, das ist, das sind komplette Flachwichser, die, äh, wie gesagt, in eine Anstalt reingehören und einfach mal da untersucht gehören und zu sagen, hey, was geht in euren Köpfen vor, warum seid ihr denn so geisteskrank, warum macht ihr denn so Bullshit, äh, würde mir nie einen Traum einfallen, äh, grundsätzlich, dass ich auf keine Demos, äh, gehe oder so, aber selbst wenn ich auf Demos gehen würde, ich würde da einfach friedlich protestieren und nicht, äh, mich mit solchen Vollidioten umgeben, äh, das ist einfach ganz, ganz krass, habt ihr viele Videos auch, äh, gesehen auf Twitter, äh, die einfach random, ähm, Sachbeschädigungen begehen, äh, an, an Eigentum von Leuten, die wirklich gar nichts dafür können, die einfach nur in Hamburg wohnen, die komplett unschuldig sind und, äh, ja, nur mal hier mein, äh, mein Senf dazu hier auf jeden Fall, also das ist ganz, ganz schlimm, was hier in Hamburg abgegangen ist und wieder mal ein Beweis dafür, wie, wie tief die Menschheit eigentlich sinkt oder wie viele Vollidioten es eigentlich auf dieser Erde gibt und, ja, da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln, leider. Jo, kommen wir dann zu einem, äh, weiteren Aspekt, der bei 2Constante nicht fehlen darf, es gab natürlich heute wieder ein Formel 1 Rennen, äh, in Spielberg, ja, und, äh, ja, das war wieder mal ein sehr langweiliges Rennen, bis auf die Schlussphase, wie letztes ja im Prinzip ja auch, ne, also, generell, auch ich als Österreicher muss auch sagen, auch als Patriot, diese Strecke ist so kackenlangweilig, ähm, vor allem einfach, weil das Streckenlayout einfach nicht mehr zulässt, alles einfach die, es gibt kaum Überholmanöver, auch die DRS sollen helfen da jetzt nicht so sonderlich viel, ähm, es ist, äh, ja, das Rennen war eher kacklangweilig, äh, Schlussphase, wie gesagt, war ganz cool, äh, Riccardo hat, äh, für Red Bull wieder mal einen Podestplatz geholt, war zu Hause beim Heimrennen sicherlich eine gute Sache, es gab da, äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Diskrepanzen, weil angeblich Botas einen Frühstark gemacht hatte, meine persönliche Meinung ist, Botas hatte keinen Frühstark gemacht, das wurde auch von den Stewards so besprochen, der Sensor wurde, äh, nicht, äh, wie soll ich sagen, nicht zu früh ausgelöst, dass es als Frühstark genehmigt wurde und so steht's im Regelmaul drinnen, es gab auf Fernsehbilder, hatte man den Eindruck, dass Botas zu früh weggefahren worden sei, ich bin der Meinung, er ist einfach, ich glaube einfach persönlich, das war nicht seine Reaktionszeit, sondern er hat einfach, blöd gesagt, entweder auf gut Glück, aus Nervosität hat er die Kupplung zu früh losgelassen und hat gesagt, einfach scheiß drauf, also, so eine schnelle Reaktionszeit kannst du im Normalfall gar nicht haben, es war unabhängig davon ein Traumstart, wie gesagt, ich finde, es war kein Frühstart, es war halt sehr, 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 sehr knapp und, äh, ja, nachdem es ja auch, wie gesagt, die, die Elektronik beweist, dass es eigentlich kein Frühstart war, ist für mich die Geschichte auch gegessen, da kann der Vettel auch hier nachher, äh, beim, oben beim Podium oder da, wo sie sich halt die, die Cappies rüberziehen und wo sie nochmal, äh, gewogen werden auch, da kann der Vettel noch so heulen, dass es ein Frühstart war, wenn's die, äh, FIA so nicht sieht, dann ist's halt nun mal so und, äh, ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, äh, zu sehen sein. Verstappen ausgeschieden, das ist der größte Pechvogel des Jahres, also selten einen erlebt, der so viel Pech am Schuh stecken hat oder kleben hat wie er, also der ist wirklich, ja, unlucky as fuck, der, der gute, äh, Max und ich hoffe, dass sich das nächste Woche in Silverstone wieder regelt. General Silverstone, äh, eine Strecke, wo du halt gute Aerodynamik brauchst, vielleicht auch wieder eine Strecke, wo Red Bull ein bisschen mehr mitreden kann. Ich war generell überrascht, äh, die Long Runs von Red Bull generell diese Saison eher stark, also sie können im Rennen eher mit halt mitfahren, Mercedes, als wie ein Qualifying. In Qualifying haben sie eher einfach noch Probleme, aber in Silverstone kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie vielleicht, wenn auch das Wetter mitspielt, dann könnte auch gerade ein Max Verstappen dann in den Long Runs, äh, vielleicht sogar um den Sieg mitfahren, wer weiß es schon. Und, äh, ja, quirt, also man merkt hier definitiv, ähm, aber man sieht, warum man Verstappen für, für Quirt ausgetauscht hat, äh, Quirt für Verstappen, ne, Verstappen für Quirt, passt schon so. Verstappen für Quirt ausgetauscht hat letztes Jahr im Red Bull. Also das war komplett unüberlegt und, äh, sorry, auch dumm, man hätte da, man hätte einfach früher bremsen müssen. Äh, Quirt hat da einfach mal so ein bisschen den, den Jay und den Sepp gemacht, ne, einfach mal ein bisschen so 50 Meter zu spät hier in die Eisen gestiegen. No offense, ich mag Jay, äh, und, jo, das soll's gewesen sein. Ich werde mir, apropos, werde ich mir jetzt noch hier den zweiten Part des Malaysia-Rennens ansehen von Pete Smead, äh, freue ich mich schon drauf, ist ja, wie gesagt, so mein Projekt, das ich am meisten suchte, freue mich dementsprechend auf die ganz neue Saison, wenn das neue Game rauskommt, wird sicher sehr, sehr interessant werden. Und, äh, bevor ich's vergesse, natürlich heute um 18 Uhr, also wenn ihr dieses Video seht, dann eben 18 Uhr dürfte dann eh nicht mehr so lange dauern, dann gibt's auch noch wieder einen Livestream, Great of, äh, Great of Balls, Fire, perfekt, äh, Great Balls of Fire, äh, Preview-Stream, wenn ihr Bock habt, heute wird Maricard auch gezockt mit Discord, also wir, äh, wir können gemeinsam ein bisschen quatschen und ein bisschen ragen und ausrasten und Emotionen zeigen und, äh, alles, was so dazugehört. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid, wie gesagt, 18 Uhr ist es soweit auf twitch.tv slash manche Link dazu in der Videobeschreibung. Ebenfalls Links sind auch zu meinen Social-Media, äh, äh, Plattformen, sprich auf Instagram bin ich jetzt neu vertreten, da auch mal reinschauen, Twitter, Facebook. Twitter sind wir kurz vor den 1000 Followern, hier auch schon mal vielen, vielen Dank im Voraus, äh, für den ganzen Support, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr aktiv, auch heute wieder beim Pay-Per-View, werde ich auch schnell mal meine Meinung dazu abgeben, zu jedem Match. Lange Rede, kurzer Sinn, das soll's gewesen sein, wünsche ich jetzt auch einen wunderschönen Sonntagabend, viel Spaß bei Great Balls of Fire, bis vielleicht später im Stream, wenn ihr Bock habt und, äh, jo, macht's gut, wunderschönen Sonntag noch, Open Up, Peace. Und, by the way, vergesst nicht, ich hab, äh, vor ein paar Stunden Great Balls of Fire Preview hochgeladen, wird er wahrscheinlich dann eh irgendwo im, im Bilde dann, äh, verlinkt sein, einfach nur anklicken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, um mal meine Meinung zu den ganzen Matches und zum Pay-Per-View so ein bisschen vorzuerfahren. So, das war's mit der Werbung, macht's gut, haut rein, Open Up, Peace.